Von Köflach kommend, gleich nach der Ortseinfahrt Maria Lankowitz, befindet sich linkerhand schon seit 1958 die Fleischerei Kranzlbinder. Nicht allein die hohe Qualität der Produkte, sondern auch die freundliche Bedienung zeichnet diesen Betrieb aus. Da beästet unsere Verkaufsvitrine mit unseren Spezialitäten. Alles was man da drinnen sieht an Wurst- und Schinkenprodukten. Von der Extra-Wurst angefangen, über die ganze Dauerwurst, Wiener, Polnische, Käsewurst, Karnwurst, Strohwurst, bis hin zur geschimmelten Salami. Von den ganzen Würsten vorn, von der Braunschweiger bis zu die Frankfurter Streichwürste. Es wird alles im Haus erzeugt. Es wird alles von mir und von meinem Vater hinten in Handarbeit erzeugt. Alles schon seit Jahren ohne Geschmacksverstärker, weil ich mich schon jahrelang mit dem Thema beschäftige. Gesunde Lebensmittel und Herstellung und Zusatzstoffe, wo ich schon vor fünf Jahren draufgekommen bin. Eigentlich, wenn du hochwertiges Ausgangsmaterial hast wie ein Qualitätsfleisch, was wir da haben, absolut, weil wir nur Stubbalmachsen verarbeiten und steirisches Schweinefleisch, brauche ich keinen Geschmacksverstärker. Und deswegen haben wir schon seit fünf Jahren keinen Geschmacksverstärker in unsere Produkte. Das ist einfach für uns, einfach als Fleischermeister ist es eine Ehrensache, das alles noch selber zum Herstellen. Und wir machen es mit einer Freude und ich glaube, das schmeckt mir auch. Auch das reichhaltige Zusatzsortiment im Geschäft, wie zum Beispiel Kaffee, Reis, Schokolade und so weiter, stammt aus fairen Handel, Gewürze, Tees vom Sonnentor, Kernöl, Weine und im Sommer frisches Gemüse stammt aus dem Vulkanland rund um Straden. Vergewissen Sie sich selbst von der Hohenqualität der Genussfleischerei Kranzlbinder in Maria Lankowicz.